Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands. Ich habe hier jetzt fast eine dreiviertel Stunde gesucht. Dann habe ich irgendwann den Geist aufgegeben, habe auf Spieltipps geguckt und da hätte ich mich selber aufheigen können. Auch das vierte Teil jetzt gefunden und es liegt hier. Und ich habe hier die ganze Zeit versucht auf das Drecksding da zu hüpfen, hier auf dem Berg drauf zu gehen, aber ich hätte hier, wo man hier rüber gehüpft ist, einfach nur mal runter gucken müssen. So, jetzt haben wir die Scheiße. Jetzt haben wir hier fünf Quests zum abgeben. Eine, die wir noch machen könnten, die aber doch sehr weit ist. Aber ich habe erstmal vor, die ganzen Quests jetzt mal abzugeben. Und ich werde hier mal eine kleine Zeitraffer machen, bis ich beim Questgeber bin. Bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Hey Mann, was willst du? Hey, dann bis später. Hey, hier holt man sich sein Gefeiert. Ah, kann ich den nächsten Seiten abgeben. Wahrscheinlich hier vor einem schwarzen Brett. Und die letzte Quest. Bei dem Papier-Trenner. Immer rein. Nur nicht so schüchtern. Äh, ttttt. Äh, ttttt. Die wollte ich mir aufheben. Die wollte ich mir aufheben. Das kann weg. Das kann weg. Immer herein. Nur nicht so schüchtern. Dann müssen wir wieder hier in das andere Gebiet. Dann fahren wir uns mal auf dem Weg. Die ganzen Quests waren ja auch schon wieder ein halbes Level. Ich weiß zwar, dass ich die viel früher machen müsste, weil ich die Level zu hoch bin, aber ja. Kann man ja leider nicht ändern, wenn ich hier ein bisschen zu viel Erfahrung erkatter. So, wir müssen einmal da hin und die andere Quest führt uns da oben hin. Dann machen wir einmal die und dann die Hauptstory Quest. Das Gebiet müsste sich ja jetzt auch komplett resettet haben, weil wir ja kurz draußen gewesen sind. Die Missionslager zerstört. Mach sie nieder! Mach sie nieder! Mach sie nieder! Mach sie nieder! 1 von 6. 1 von 6. 1 von 6. 1 von 6. Nein, das mache ich anders. Was ist das für eine? Hau ab. Was ist das für eine? Hau ab. Was ist das für eine? Hau ab. Nein, ich will doch schränken und schlägen. Dreckstack mit der Granate, du! Wo ist der? Nein, hilf mir! T-t-t-t, da vorne müsste noch einer sein. Komm, geh doch mal! Hilfe! Einer tummelt sich hier nach oben. Wo ist das nächste Lager da drüben? Äh, ein bisschen was mit mehr Feuerkraft hier. Kaputt. So, damit haben wir die Quest da wieder fertig. Jetzt machen wir mal die hier. Die Hauptstory quizzt. Die Hände in der Nähe. Die Hände in der Nähe. Die Hände in der Nähe. 1 auf so eine blöde mülltonne oder was denn ein fass hat mich aufgehalten muss ich zu fuß weiter um jetzt Zeit mal alles nachzuladen die Sackgasse er müsste jetzt von vorne kommen kann ich da nicht einfach hoch springen dann da drüben lang dann 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 wird doch langsam langweilig bei der Menge dann 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 Oh, weiter, let's test. Oh, jetzt haben wir die Tannis gefunden. Brauchst du irgendwas? Wir sprechen uns wieder. Ja. 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 Wie Zeug hier rumliegt. Nur von den scheiß Flattermännern hier. Wo müssen wir überhaupt hin? Och, ganz darunter. Das artet die hier ja schon fast an WoW Klassiker aus, wenn du von links nach rechts geschickt wirst und so weiter. Ja. Nicht da lang. Ja. 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 Da vorne. Da ist doch gleich wieder die Blockade, oder? Ja. Gut. Busweg. Boah. Ihr Drecksvögel. Das sieht mir wieder nach so einer kleinen Boss-Ebene aus. Ah, Karte. Jeden. Ich drums muss die Oberhand gewinnen. Und das solltest du sein. Wenn du erst auf genügend Bistchen darauf achtest, wirst du froh sein, das Beste gekauft haben. hab ich da jetzt schon alle von? ja ranger smg warte mal smg na gut, die waffe habe ich noch nicht von gut ist äh, wo ist meine pump gun da? ja sie ist nicht auf mich bei geschlitzt ja muss ich vielleicht das anschießen? was willst du? ist das Ding an? hör zu! ich sag rein gar nichts bis du diese ganzen Mistviecher los bist! boah, was ist das denn für ein Vieh? ich hab beinahe gekillt ja 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 ich hab die sie sä ja Komm, hebe deine Vorderbeinchen. Ich will dir auf die Nüsse schießen. Komm, das ist doch nicht zu lange. Was ist das denn jetzt für eine Waffe? Wieder ein Revolver. Noch ein Revolver. Und ein Lila Revolver mit Blitz. 90 Schaden, der hat 65 Schaden. Revolver hat kein Elementarschaden. Was ist denn überhaupt hin? Ein kleines Stück. Was ist das? Fight on! Fight on! Let's go! Can I not even kill a media attack? No... Let's go again... I have to go there... I have to go there... Thank you... I really have to go there... I don't mind... Fight on! Fight on! Hey, Yoke, save her! Alter, erschreck mich doch nicht, du psychopart! Wahrscheinlich irgendwo da oben. Aua! Bist du aber lebensmüde? Zett, kommst du nicht! Mach sich keine Platz! Aua! 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 Na, kommt dran! Ich fress dir ein bisschen Schrot, die Schweine BAM! Öhm Öh, dann doch nicht Nein Uiuiui Ja, komm doch ran Und Wie viele sind das denn noch? Das ist doch besser Ach, das ist ein Badass-Räuber, alles klar Oh, die C-Ladung müssen wir jetzt noch platzieren Oh, die C-Ladung Äh, nein Komm, komm Komm, schütt, regenerier dich Wo muss ich denn hin? Da oben Heulige Scheiße Komm, ich stehe überhaupt hoch? Äh, schütt, 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 oh Da hätte man wahrscheinlich hoch gekonnt Jetzt darf ich noch Mausen rumrennen Ah, guck mal an, wie der so ein Schläger Ah, guck mal an, wie der so ein Schläger Da ist wieder einer dabei, der Schock hat Wo ist mein Sniper? Da Hey Ja, ja! Und der Schläger ist schon mal raus. Der Vandite gleich auch. Der Sand. Möchtel mit der Schläger sind? Ich kenne doch nicht mehr, aber keine Schläger. Chne, kein Schläger ist schon. Jetzt schaue ich das und zwar! Ach, ich mache das! Muss man das hier für stehen? Fünf goldene Patronen? Oder können wir hier raus noch... Drei, vier, fünf, jetzt hab ich die fünf Patronen geöffnet, mach die scheiß Tür ab. Ich komm aber auch so dran. Wie ich bin voll. 24 von 24, Wahnsinn. Die günstigste Graue. Da ist auch eine Blaue dabei. Ach komm, das riskiere ich nicht. Machen wir mal die Bombe hier hin. Oh nein. Das haben wir gemacht. Ach das auch? Okay. Und das auch. Dann können wir zurück zu dem Typ. Ich muss die Brücke nehmen. Das ist ein Grundfuß. Okay, Jokes, Enzium. Z consumers die Brücke nehmen. Z Z Was willst du? Ach, komm mal ab. Level ab. Äh... Widerstände... Ich nehme die Feuerahrt. Und was will er jetzt von mir haben? Lass mir zurückgehen und... Musel holen. Wenn aber mal hier die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.